Und so suchten wir nach Silverback. In dieser neuen Episode Breakpoints damit. An Jakob. Ich habe ein paar neue Trigger vorbereitet. Hey, kein Grund zur Sorge. Hey, halt! Kein Grund zur Sorge. What? Auf der Heide mir leid, leidest mir leid. Ich suche nach Silverback. Sie werden Silverback nicht finden. Er findet Sie. Brauch ich ehrlich gesagt noch nicht. Er kommt regelmäßig her und nimmt Leute mit, die nicht hart genug arbeiten. Wenig später gibt es dann nur noch Fotos von ihren Leichen. Oh, ich habe jetzt Fotos von ihren Leichen. Tausend Dank. Oh, Scheiße. Tut mir leid. Na, runter. Nee, weißt du, was das Problem war? Ich gucke in dieses Lager rein. Ich sehe so die Leute, ne? Und dann fährt von hinten so ein Behemoth einfach auf die Lagerfläche drauf. Hallo da. Scheiße, Volltreffer. Die Wurfs da hinten schön versteckt. Boppenpring. Ich bin gespawnt. Ich glaube, ich gehe nochmal ins Lager. Very natural, very fluid. Na gut. Was werden Sie tun, Sir? Stell dich mal da bitte hin. Wo? Da hin, wo ich ihn ziele. Korrekt. Ja, bleib stehen, bleib stehen. Sowas würde ich niemals tun. Aber ja, das Spiel ist ganz. Funktioniert. Das ist fertig. Das Game ist fast! Neben mir ist gerade ein Gegner lang gelaufen. Als gespawnt. Wie schaffe ich es, die künstliche Intelligenz zu verbinden mit dem, wie ein Mensch funktioniert? Bin ich verschwunden für dich? Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Du hast doch noch keine Chance, mir zu verraten, wo Silverberg ist. Ich dachte, du hättest die Gegner hier gekillt. Der bringt mich um. Ja, habe ich. Nee, der Schauschütze umgehebt. Auf Englisch, Sniper. Okay. Ganz kurz nachschlagen. Was gibt es hier? Und so fanden wir ihn. Wait a minute. Who are you? Den Schwasten, der nur einmal ganz kurz aufgetaucht ist und den, den wir die ganze Zeit ignoriert haben, haben wir jetzt plötzlich. Von dem wir bis eben gar nichts wussten eigentlich so richtig. Haben wir zufällig jetzt gefunden. Silverberg! Oh, hi. Hab ihn, hab sie. What? Hä? Nee. Ich bin gerade so aus dem Nichts gestorben. Da war nichts. Hab ihn, hab sie. Ich habe keinen Schuss gehört. Da ist irgendwo eine Drohne oben. Ich liebe meinen Beruf. Da war nichts. Ich bin down. Why were lost him? Hier rennt ein Wolf hinterher. Und da schießt mehr als eine Drohne rein. Warte auf mich, warte auf mich. Ich gehe nirgendwo hin. Der heiße Teil von Bolivien. Lassen Sie mich. Ach, das ist Flycatcher, der da steht. Silverberg! Äh, ich schleiche mich mal in Flycatcher an, ne? Silverberg! Nicht töten, nicht dich töten. Willst du euch nicht töten? Flycatcher? Ich habe Flycatcher. Moooi, meiße! Flycatcher, wie geht's dir? Ha! Witzig. Ja, Flycatcher. Das war's wohl. Oh Gott! Ja, Flycatcher ist erledigt worden. Ja, nicht sehen. Damit haben wir Flycatcher geholt. Very unexpected. I was really surprised. Flycatcher ist es übrigens nicht, der ist zählt. Ich habe die ganze Zeit Flycatcher gesagt, ne? Das litt. Ah, man kann ja rollen. Wien. Wo kann man denn rollen? Das geht gar nicht, Alter. Weil du mir nicht gesagt hast, wo du hingehst. Ja, ich bin hoch gegangen. Ja, konnte ich das nicht riechen. Jeder Duft ist ein Erlebnis. Ja, damit haben wir auch Flycatcher offiziell besiegt. Nein, nicht Flycatcher. Silverdingsbums. Ja, den Silver. Ja, guck mal, sein Name ist so unbeuteilten. Sprachen lernen. Back. Dass ich Flycatcher die ganze Zeit sage. Silverback. Hast du ne Ahnung, wo du hinrennst? Ich renne hinterher. Du sagst so aus, als hätte es einen Plan. Wo sind wir? Oh mein Gott, wie geil sieht das denn aus? Das Auto. Leute, Barrowagen 1.0, die Zeit ist vorbei. Ihr wisst, jedes halbe Jahr einen neuen Wagen. Oh mein Gott. Oh Gott. Aua. Viel zu geil. Es sieht aus wie das, was du hattest. Wo bist du denn? Keine Ahnung. Ja, ich folge dem Gang. Ja. Der Weg durch die Wüste wäre zu gefährlich. So, weil ich bin über das Straße gefahren. Ich dachte, ich komme hier irgendwo raus. Er wartet auf den richtigen Moment auszusteigen. Und das mal wieder mit deiner wundervollen Episode Breakpoint. Falls es euch gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Falls nicht, dann einen Kommentar. Und wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dann. Wenn ich es nicht höre, ist es nicht wahr. Wenn ich es nicht höre, ist es nicht wahr. Bis dann. Bis dann. Ssshushebat. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.